Hallo, mein Name ist Dieter Sattler und in den folgenden Minuten werde ich Ihnen unsere neue 10,5 Tonnen Tandem-Vibrationsweite zu vorstellen. Die DD 105 ist die erste Maschine einer neuen Generation von Asphaltwalzen. Sie erfüllt die Abgasemissionsstufe 4 und bietet überragende Vorteile wie Effizienz, Übersichtlichkeit, hohe Verdichtungsleistung und Servicefreundlichkeit. Die DD 105 wird durch einen 3,8 Liter Volvo-Motor angetrieben, der bereits bei 2600 Umdrehungen pro Minute seine volle Leistung von 85 Kilowatt erreicht. Niedrige Drehzahlen und hohe Drehmomente garantieren den geringsten Kraftstoffverbrauch in seiner Klasse. Der flüssigkeitsgekühlte Vierzylindermotor erfüllt die Abgasnormen der Stufe 4. An ihm kann der Service vollumfänglich von jedem Volvo-Händler durchgeführt werden. In Volvos intelligenten Motormanagement-System wurde eine adaptive Leistungssteuerung integriert. Das System überwacht den Leistungsbedarf kontinuierlich und stellt automatisch die optimale Motordrehzahl ein. Das Volvo Contronic-System überwacht den Betriebszustand der Maschine kontinuierlich. Alle relevanten Daten werden dem Fahrer auf dem Bedienpanel in Echtzeit angezeigt. Diagnosedaten können über CareTrack, das moderne Volvo Telematik-System, abgerufen werden. Kunden können so stets auf dem Laufenden bleiben und maßgeschneiderte Datensätze abrufen. So können Reports, Fehlermeldungen, aber auch Kraftstoffmenge, Maschinenstandort und Betriebsstunden überprüft werden. Serviceeinsätze können dadurch vorausschauend geplant und unerwartete Maschinenstillstände vermieden werden. So ist sichergestellt, dass die Maschine effizient eingesetzt wird. Elektrokomponenten wie Sicherung, Relais und Steuergeräte befinden sich innerhalb der Kabine unter dem Dach. Die Unterbringung in dieser geschützten Umgebung verlängert die Lebensdauer und ermöglicht einfache Wartung und Inspektion. Das leistungsstarke Vibrationssystem kann wahlweise nur an der vorderen Bandage, nur an der hinteren Bandage oder an beiden Bandagen gleichzeitig eingeschaltet werden. Diese unabhängige Steuerung ermöglicht ist, gleichermaßen dünne Asphaltschichten, Anschlüsse oder Reparaturstellen abzuwalzen. Außerdem können Vibrationen in erschütterungsempfindlichen Baustellenbereichen reduziert werden. Die Vibrationseinstellungen können ganz bequem vom Fahrersitz aus vorgenommen werden. Wahlweise kann das Vibrationssystem über eine Automatikfunktion oder manuell aktiviert werden. Die automatische Vibration verhindert versehentliche Beschädigungen an der Asphaltschicht. Sie schaltet die Vibration rechtzeitig vor dem Stillstand der Bandagen ab. Bei niedrigen Walzgeschwindigkeiten oder speziellen Anwendungen hingegen ermöglicht die manuelle Einstellung ein gezieltes Steuern der Vibration. Für den Fahrantrieb kann zu Servicezwecken oder zum Abschleppen ein Freilauf durch ein gut erreichbares Ventil im Motorraum aktiviert werden. In der Standardausführung verfügt das Antriebssystem über eine Funktion, die die Kraft des vorderen Motors reduziert. Dadurch wird das Verladen der DD 105 auf einen Tieflader und die Fahrt auf Rampen erleichtert. Sie ermöglicht eine gleichmäßige Walzgeschwindigkeit auf rutschigen Asphalten und steilen Anstiegen bis 38%. Die Asphaltdecke wird so vor Beschädigungen geschützt. Das Vibrationssystem kann durch Verstellen von Amplitude und Frequenz so eingestellt werden, dass die optimale dynamische Verdichtung erzeugt wird. Dadurch ist es möglich, Asphaltschichten unterschiedlicher Dicke und verschiedenster Materialmischungen zu verdichten. Das mittig angeordnete Knickgelenk verfügt über viele Vorteile. Da das Knickgelenk exakt in der Mitte angebracht ist, befinden sich beide Bandagen immer in der gleichen Spur. Sie folgen jedem Kurvenradius, ohne die Asphaltdecke seitlich zu verschieben oder gar zu beschädigen. Im Detail bedeutet das, das Knickgelenk kann 35 Grad in beide Richtungen ausgelenkt werden und erlaubt eine Querneigung von 7,5 Grad zu jeder Seite. Es kann ein Bandagenversatz bis zu 150 Millimeter eingestellt werden, um den sogenannten Hundegang zu erzeugen. Diese Funktion ermöglicht es, dicht an seitlichen Hindernissen zu arbeiten. Dabei kann die führende Bandage dicht am Hindernis walzen, während die Folgen der Bandage einen seitlichen Abstand dazu hält. Bei Kurvenfahrt werden dadurch Beschädigungen verhindert. Die DD 105 ist mit einer rostfreien Druckberieselung ausgestattet, die von einem 800 Liter Wassertank gespeist wird. Der Tank ist am vorderen Rahmen unterhalb der Kabine angebracht. So wird die Gewichtsbalance nicht beeinträchtigt und der Tank ist gegen Beschädigungen geschützt. Der Wasserbehälter ist zum schnellen und sicheren Nachfüllen vom Boden aus gut zugänglich. Die Einfüllöffnungen befinden sich auf beiden Seiten der Maschine. So wird verhindert, dass der Fahrer in die Nähe des fließenden Verkehrs gerät. Die großen Tanköffnungen erlauben ein schnelles Betanken und Vorfilter verhindern, dass größere Verunreinigungen in das System gelangen. Der Wassertank verfügt über eine Ablassschraube und ein Absperrventil, die an der tiefsten Stelle angebracht sind. Das Druckberieselungssystem wird durch zwei Membranpumpen versorgt. Sie werden entsprechend der Fahrtrichtung abwechselnd angesteuert. Durch den regelmäßigen Einsatz beider Pumpen wird die Lebensdauer verlängert und die Pumpen sind immer funktionsfähig. Im seltenen Fall eines Pumpendefekts kann zudem eine Pumpe das System alleine versorgen. Dadurch bleibt die Walze stets einsatzbereit. Jede Düse ist mit Feinfiltern ausgestattet, die Verstopfungen verhindern. Dadurch wird ein gleichmäßiger Sprühnebel über die gesamte Bandagenbreite erzeugt. Falls es doch zu einer Verschmutzung kommt, können die Düsen ohne Werkzeug schnell von Hand ausgebaut werden. Die Abstreifer sind an Scharnieren befestigt, so dass sie für Reinigungsarbeiten oder beim Abwalzen von unflexiblen Materialien einfach hochgeklappt werden können. Bei der Entwicklung der revolutionären Kabine wurde entsprechend Volvos Kernwerten der Fokus auf gute Rundumsicht, Komfort, geringe Lautstärke und wenig Vibrationen gelegt. Durch das Entfernen der A-Säulen sind die Sichtverhältnisse branchenführend. Sie decken den Arbeitsbereich, die Bandagenkanten und das Druckberieselungssystem ab, ohne die Sicht nach hinten einzuschränken. Die ROPS-zertifizierte Kabine ist großflächig mit Sicherheitsglas ausgestattet, das zum Schutz vor UV-Strahlen getönt ist. Der Einstieg kann von beiden Seiten erfolgen. So ist gewährleistet, dass sich der Fahrer keinen unnötigen Risiken durch fließenden Verkehr aussetzen muss. Fahrersitz, Bedienelemente und Anzeigen können zu beiden Seiten verschoben und um 180 Grad gedreht werden. Durch die uneingeschränkte Bewegungsfreiheit kann der Fahrer eine ergonomische Sitzposition einnehmen und freie Sicht auf die Arbeit bekommen. Sicherheit und Produktivität werden so optimiert. Die Maschine ermöglicht einen einfachen Dreipunkt-Kontakt beim Ein- und Aussteigen. Sobald man in der Kabine Platz genommen hat, überzeugen die serienmäßige Klimaanlage, Bluetooth-Radio mit Freisprecheinrichtungen und der leiseste Geräuschpegel in seiner Klasse von nur 78 Dezibel. Fahrer wollen aus dieser Kabine am liebsten nicht mehr aussteigen. Das ist die neue Tandem Vibrationswalze DD 105. Volvos erste Maschine einer Serie von intelligenten Asphaltwalzen. Produktivität, ein schadstoffarmer und leistungsstarker Volvo-Motor sowie überragender Bedienkomfort verschmelzen zu einer Maschine der Extra-Klasse. Nehmen Sie noch heute Kontakt mit Ihrem Volvo-Händler auf und lassen Sie sich bei einer Demonstration von dieser Wahl zu überzeugen.